Wir müssen das umschreiben und machen es einfach mal. Ja, was ist das? Wie ist hier ein Z1? Äh... Map? Ich bin ein Z1. Geil. Ich bin ein Z1. Geil. Ja, ja, ich weiß. Überhaupt, gönnt euch alle ein Auto. Ich hab das hier. Das ist orange. Ich schwimm. Ich schwimm. Den Harry. Solange ich nicht Bodo wieder hinter mir im Rücken habe, ist alles gut. Naja, mir geht mal hier rum. Wer steigt denn da ganz hinten ein Auto ein, wo eigentlich hier noch hinter uns frei ist? Nee, ich wollte ein Blauot haben. Hey, ist das Bodo da hinten? Ich wollte ein Blauot haben. Seid ihr alle fertig? Bodo steht aber nicht in der richtigen Reihenfolge hier. Ja. Ich wollte... Oh ne, Bodo fährt wieder von... So, jetzt steh ich aber richtig. Einen Moment. Mein Gott. Cool, dass Harry jetzt schwerer hat. Wie mit seiner First Aid geht's. Alter. Ja. Danke. Das ist ein fucking ernstes Auto zu stellen. Ich hab' bekommen... Ja, ich hab' schon... Ich hoffe, wir hoffen, wir leitet nicht so irgendwie. Ja, alle Motor starten. Autoplätze! Fertig! Los! Wird so schief hier. Was? Du bist gecrashed? Ja. Auf der Kranenstrecke. Ja. Ich hab' mir gedacht, dass du wieder... Mausrats und dann Repair. Und wir haben übrigens Verkehr hier, ne? Ach! Scheiße. Den hab' ich jetzt kaputt gehangen. Ich! Ah! Ja! Mike, fahr mal irgendwo gegen. Mein Auto ist so verpackt. Ja. Wir reparieren. Wir reparieren mal an. Seh zu. Als Fahrer. Wolf. Wolf. Wann wir im Letz überdrehen, ey? Echt? Wann wir nicht? Ja. Doch, 8. 8. 9 FPS. Toll. Raustappen, hilf da eigentlich. Oh geil, die sieht schon. Raustappen, Leute. Keine Zeit jetzt für. Ja! Oh, Alter! Oh! Wird der vor mir ein Schild? Wann probier ich ihn jetzt? So. Wer ist denn jetzt schon? Wer ist denn in meinem Pfirsich? Fällt schon vorbei? Ich. Verdammt. Ich Kupferhändler. Pass. Dann bin ich nicht erst mal so schade. Tankstelle vom Kupferhändler. Oh, fuck. Komm, meine Karre wird nicht her, Alter. Ja, ich sag jetzt mal nischt, aber mein Auto hat sich halt selber repariert. Ich sag jetzt mal nischt, aber mein Auto ist schon wieder komplett kaputt. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Oh, das Quatsch steht da ganz gefährlich da. Wow, ich betone. Ha, ich war heute ganz schön. Wow! Fuck. Ich muss mich rezentrieren, Alter. Geil. Ich bin mit 260 über so komische Kuppeln gesprungen. Voll vor der Mauer, Alter. Also, ich hab gleich noch diese einen ersten Todeskursen, die zu links geht, hab ich grad so ein Abflug, das gerade auskommt. Und ich hab mir von gekippt aufs Dach. Respawn und muss wieder von ganz vorne stehen, ey. Weiß ich auch. Am letzten Checkpoint musst du das machen dann. Ja. Ach du Scheiße. Wieder alles von vorne? Ja, ist ja egal, ist ein langer Weg, da kann noch viel passieren. Ich bin mit den den Dachstuhln. Ich bin mit den Gästen. Wohin, ich bin mit den Dachstuhl. Und kann mich schon wieder auf den Schuhe. Ich hab gerade viel auf fliegen, wie der scheiße ist das denn? Oh nein, ich bin auch tot. Oh, da ist er, da ist er. Oh fuck. Na, Kling. Gegenverkehr war? Das ist mir gerabte App. Du lachst auf den Kopf, ne? Nee, der erste ist gar nicht gestorben. Oh, du stirbst, du Wichser. Nö, ich begeister schon den Sturm an der Stelle, an der Stelle zwei Mal. Drei Stoffe. Na, der Gegenverkehr, ey. Schon heavy, ne? Wann ich schon wieder vor die gleichen Mauer, Mann, ist doch scheiße. Oh shit, ich fliege, ich fliege, ich fliege nicht lustig. Wäre ich noch dran? Das im SCV wäre lustig, da wäre keiner nach Modus gekommen. Gib Gasse jetzt. Ey, geil, mein Auto hat sich von selber repariert. Nein, bei mir auch von so gewesen. Gegenverkehr vorhin rast, wie jetzt rot, orange, weiß. Ist es kaputt, Bruder? Nee, nee, war vorhin so gewesen. Oh, der Kling ist hinter mir. Was? Jetzt reicht's doch mal hier. Ich bin hinter dir. Bruder, du hast richtig Glück gehabt, ne? Also laut meiner Karte ist der hinter mir. Der ist ganz weit, ich stehe dich da vorne. Du bist jetzt da Checkpoint 1, wo unsere, ne, bei uns ist. Woah! Herr Grimmel, crash dich sehr gut. Mach's vom Acker, Grimmel. Alter! Alter, ich bin immer noch ein Kavaller, wo seid ihr? Äh, Todesfroh, oder? Mhmmmmmm. Strengkopfhersteller. Ich bin immer noch ein Kavalls. Ich bin immer noch ein Kavall. Ich bin immer gut auf der Kavall. Was? Was? Was ist der beste Autofahrer? Ich? Boah, wie, wo hab das denn gesagt? Ja, letztes Mal mit unfairen Mitteln hast du nur gewonnen. Ah, spinnen. Alter, das ist eure Ideen, die so. Endlich, ich bin durch Checkpoint 1, you've certainly disconnected from the channel. Oh, was ist das denn kein scheiß Quad da? MWC gegen Verkehr ist wohl gut, ey. Fakt, Alter, hier steht schon so ein MWC rum. Was für Checkpoint 2 seid ihr alle scheiße. Bei der Schleiderei. Oh Mario, Respekt Checkpoint 1. Ich bin da auch jetzt gerade hier nicht. Oh, oh, MWC! Ari, ich will das doch auch machen, ey. Aber er hat gerade diesen Schleiderei erreicht. Das hätte ich vielleicht nicht machen. Oh, oh, MWC! Tankstelle am R-Aku. Tankstelle am R-Aku. Oh, Auto schon wieder schroren, ey. Wer ist da vor mir so am Hacken? Boah, Harry nimmt wie auf dem Holgeraum. Dauert er nicht lange. Das ist der Weg. Ich bin doch nicht neu! Mann, äh, Kling, lass mir raten. Die Gegenverkehrautos? Nee, eine Sporttippe von uns ist keine Ahnung wer. Das war an der Airfield Schnellstraße. Ich, in der Kurve auch schon. Aber ich bin zwar nicht. Fakt für Airfield. Aber ich war noch nicht mehr in der Todeskurs. Wer war das da? Oh, in der Kurve am Airfield. Bei Autos nebeneinander. Das ist das Mieseste. Ja, das ist hammerhart. Dann musst du 300 durchfahren. Oh, du komm, du willst den uns überbauen. Nee, kein Leben. Und schon wieder Repairn. Das kann nicht mehr. Wieso kann ich nicht mehr? Was? Was? Ah, jetzt. Geil. Mein Sportler muss wieder ganz. Läuft bei mir. Ich kann. Läuft bei dir. Läuft bei mir. Ja, Läuft bei mir. Fett bist du geworden. Ich bin jetzt wieder auf der Straße. Oh, Mike Grimme ist kurz vor mir. Hau ihn weg. Ey, der Stöger ist ja voll weit vorne schon. Was ist das für ein Gratter? Bodo ist weiter vorne. Ja, aber wir hast du schon noch durchgedrängelt. Ich war die ganze Zeit schon vor dir. Nee. Oh, 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 oh. Er ist wohl schon. Ja, genau. Ich war die ganze Zeit hinter Bodo. Ja. Ja. Die App bis jetzt haben auch eine A zu parken, oder? Ich hab's einen Unfall gebaut. Der Lack hat. Was ist mit meiner Sportlima los? Sie fährt doch 2,80. Ja, meine eben auf der Schnellstraße auch. Hä? Meine eben auf der Schnellstraße auch. Checkpoint 3, ey. Euch geht's. Oh, shit, Alter. Repair, einsteigen. Ey, wieso läuft's nur 2,80? Was ist denn los mit dem Ding? Hopp, wann bist du endlich repaired, man? Jawohl, repaired, endlich. Fahr weiter. Harry ist ja irgendwo in der Nähe. Ah, der fährt... Oh, äh, Harry ist in Nordrhein. Fuck. Ich muss mein Fahrzeug reparieren, du Flaktenstöger. Seid du als Wagen? Er kocht gerade, ne? Da ist gerade eine Chance dazu. Warte mal hängen. Ich bin auch oben gewahrt. Ist nicht repariert. Kannst du mich bearschen. Die NPCs sind voll viel beschissen, Alter, die fahren ja nicht mal. Ne, die parken einfach bloß so richtig unnötig an so ne Kurven. Das ist so beschissen, Alter. Wie viel zu gehen ist da hier? Oh, jawoll, Checkpoint 2. Wer läuft bei mir? Fett bin ich geworden. Mhm. Perfekt. 2, also... Scheiße, Checkpoint 2 schon. Schon? Äh, 4. 5. Ficken. Oh, oh, fuck. Ja, Mann. Solange ich... Boah, Harry bleibt, ist alles in Ordnung. Sugar. Ey, wieso schaffe ich keine 280 mehr? 204, das war's. Oh, nee. Unfall gebaut. Ja, das ist... Hier wird's mit Unfall von steuern. Wenn ich Unfall erbaue, heißt das nicht, damit du auch welche bauen sollst. Streng den mal hier an. Nichts. Gibt's denn hier irgendwo neue Limos? Nei! Hier. Wie ist hin? Ha, komm mal, ey, ja! Ha, 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 ha! Grimme, ist das ein scheiß Ernst gewesen? Richtig so, Grimme. Weiter so. Ich hab den umgefahren in Grimme. Was heißt das jetzt? Der ist nur tot oder wie? Ich hab keine Ahnung, ich hab Grimme auf jeden Fall umgefahren. Du bist so ein Wichser, Bodo, ne? Ich hab das gesehen, ich hab das gesehen. Du hast ihn gesehen. Ich hab das gesehen. Ach, die grüne Sportlimo, wa? Ja, Sportlimo. Ich bin ja auch gesehen, wie ich in Weckenhausren hier rast. Trotzdem fühle ich mich nicht. Tja, jetzt muss der Auto wechseln. Ja, komm nicht schön, hier müsste irgendwo parken. Wo ist eigentlich der Grimme? Alter, war die Center Truckboxer und Sportlimo. Checkpoint 3. Oho, Harry. Check, Harry. Checkpoint 3, das war nach Zeiten. Bleibung, sie sterben. Liegt sie oder rechts? Boah, es stehen da so zwei Autos. Pro Pro Checkpoint 3. Da sagst du was, wir kriegen ja auch weder eine Autobahnpolizei. Fuck! Ey, dies ist halt ein Dreck hier. Aber du, ich... Ey, da hab ich Glück gehabt. Du hörst, du scheiß Leid, die man kann fliegen durch die Straße. Dann parkt er sein Auto auf der Schildfahrstelle. Dann parkt er sein Auto auf der Schildfahrstelle. Was ist das denn? Ich muss ja irgendwo parken. Mein Auto, mein Auto war die Engine war orange. Gas, 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 Gas. Point 6. Wo bist du, Bruder? Oh, ich bin tot. Für den Tod. Oh, Trackboxer, Trackboxer, Trackboxer. Böse, Böse, Böse. Oh Mann. Oh Scheiße, oh Scheiße. Ey, da bist jetzt ganz böse. Oh ne. Ja, da steht ne Limo. Ist da jemand drin? Ja, Scheiße. Was steht nirgendwo, Alter? War nicht eben dein Motto? Ja! Sie ist repariert, ich glaube, er ist vor uns. Ja, ja, war es. Er ist gleich hinter dir. Wo ist dein Ziel? Olafs, wo de, wo es nicht mehr weitergeht. Okay, dann geh weiter. Wo bist du? Willst du durch Sophia durch? Ja. Stöker auch? Nein. Nein! Boah, so lüppiger. Kamerad. We crashed? Eke? Ne, ne, ne. Okay, Bruder ist ein Ziel. Eke, aber da kann man Slalom in die Masten nochmal durch. Ich habe Angst, dass es gleich endet. Alter, ein Schwarmboxer. Alter! Ist schon Sophia, Stöker? Ja. Ich habe einen Zivilist getötet. Boah, Sophia durch, ja. Oh, hab ich Glück. Ich will mit kaputten Reels durchziehen. Harry ist schon wieder tot, was macht der hier? Oh, ich hab voll alles tot. Oh, ich hab voll alles tot.